Hello ladies and gentlemen was geht und heute mal wieder hat er Zeit eine App zu testen so eine App namens ich will es nicht glauben ich will es aber nicht doppelt aufnehmen was denn nun los ich muss mal aus Gericht holy shit ach die dürfen wir nicht kriegen es ist auch mal lustig oh du scheiße oh du scheiße oh du scheiße oh du scheiße ich bin direkt ins Auge gerannt der hätte ins Auge gerannt ja noch eine Runde okay das merke ich mir also also in der Matte ist irgendwie schießen wenn ich eine Waffe hätte oh da ist was das ganz leuchtet es leuchtet kann ich die jetzt abschießen versuchts mal warte wenn wir ein bisschen mehr einer der hier oh ist sehr nice Bruder ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße ist auch mal lustiges Spiel oder ich habe auch immer neue Freunde kennenlernen ich habe auch weil ich tue auch immer neue Freunde kennenlernen was ist das was ist das ich muss nach da ich muss nach da ich muss nach da ich muss nach da ich muss nach nach da nach da guck mal komm hau ab hier hau ab Waffenkiste also das ist jetzt so an sich ist das ganz cool Aber jetzt ist der Tommy so ... Ich ... Ich sehe jetzt auch mehr gesprungen schwer. Benutze ein extra. das ist vielleicht warum denn nicht gehört nicht mehr das ist mein Hundi! Buddy! hey komm mein Buddy, das schaffst du wow oh ich krieg die auch nicht Hau ab! oh mein Gott ich nutze immer ein extra, ne? bei extra zu nutzen jawoll was ist denn? dann passt sich sehr schlecht go away! scheiße bababen scheiße das siehst du das siehst du kommt auch da noch, oder? oha und der eine er war gerade um mich und herum geschossen einfach ein traum für den mann, ne? aber ich finde das spiel an sich ganz lustig aber die geräusche das ist doch ach du ich muss sagen ich werde mal erstmal das video hier beenden das war eine gute runde die ich gespielt habe ja ja das war's ja das war's ja Vielen Dank.